Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder, diesmal mit MTB Crafter Hallo Und mit unserem Sprachexperten J.Kris BASERK Äh, ja, und wir fahren heute den süßen kleinen Toldi Der erste Battle Pass Reward Fahrzeug von der neuen Session Den man leider nur kriegt, wenn man 2500 Golden Eagles ausgibt Ne, auf 2000 reicht, ne? Das ist ein Battle Pass Ja Äh Ja, also, dass wir alle vom Battle Pass ein bisschen enttäuscht sind Gut, damit ist ja das eh nicht, aber Jan und ich Da müssen wir jetzt nicht groß drüber sprechen Wir finden, das ist ein Unding, wie er jetzt gehandhabt wird Ja, dass er mit jedem Mal irgendwie ein bisschen schlechter wird Ja Aber immerhin was Schönes Der erste ungarische Panzer im Spiel Der Schwede, der Ungare ist Und der macht Spaß Ja, der macht echt Spaß Das ist, by the way, der zweite Take von dieser Aufnahme Wir haben gestern schon mal aufgenommen Es lief echt gut Aber mein Mikrofon wurde von OBS nicht mehr angenommen Ja, also David und ich hatte Spaß und hätte uns auch hören können Wie viel Spaß haben Nur Sera's nicht Ne, ne, ich war zu blöd Tschüss Okay, die Folge ist im Kasten Ich habe einen Franzosen Ich habe einen Franzosen-One-Shot jetzt ins Kümmer auf Der ist direkt aus dem Spiel gegangen Der Arme Ja, ja, was haben wir hier? Das ist im Grunde wirklich ein schwedischer Reservepanzer Mit einer 40mm mit APHE Die, die so gut wie alles auf ihrem Battle-Rating one-shottet Ken ist gut Aber Ja Wie wir es schon so öfter gesagt haben Auch in der letzten Folge Die ihr jetzt leider nicht gesehen werdet Nice to have Aber kein Muss Ja Das ist halt ein 1,3er für den italienischen Born mit Gemi-Up-Bonus Der schießt schnell Ja 2,8 Sekunden geacet Was echt nicht schlecht ist mit der Knifte Aber Jetzt fühle ich mich schon echt wieder dreckig Dass wir hier stehen Ich habe echt gedacht Hier kommt mehr gegen Wer soll diese Flanke haben War schon extra möglichst offen hier Aber da fährt noch einer Ja, ich seh's Los, roll, red ich Nein Also diese Turndrehgeschwindigkeit von dem Ding ist echt Extremst unterwältigend Wir mussten damals auch von Hand korbeln Oh, ich kann von einem MG getötet werden Achso, ja, es ist das Ding Okay, verständlich Klar, klar Es sind 50 Kills, hallo Ja, ja, ja Ich hab's gemerkt Ah ja Leute, schreibt mir in die Comments Was ihr vom Battle Pass haltet Ob ihr ihn euch geholt habt Also Mich per se interessiert nur ein Fahrzeug Wirklich groß Der M6 Aber da wird man einiges hin Arbeiten müssen Und dass man sie nicht mehr verkaufen kann Ist natürlich auch ein Schlag in die Nüsschen Schon Ist halt nur richtig sucht Zumindest das Flugzeug und der Panzer der M6 Ja Ich glaub, Level 105 Um da mit der Flugzeugkupport zu verkaufen fahren zu können Ja, genau Und 125 Um den Panzer verkaufen zu können Oh, hi Aha, es war meine Kette Meine ungarische Kette rettet mich Au Ja, komm Dann töte mich jetzt Du es Endlich Ich find die Stelle Die ist zwar super asozial Wenn du sie richtig spielst Aber ich find sie auch wahnsinnig langweilig Ja Die ist sehr effektiv Aber langweilig Ja Äh Du bist die Mitte hoch Ja, da komm dann mal ich mit Ach, du stehst da doch Bin noch am Leben Ich hatte nur ne kaputte Kette Ach, der hat dich getötet Nee Ja, dann gönn ihn dir Dann räch mich noch Und dann Ist gut David, wie sieht's bei dir da oben aus? Ich hab nur einen Motor gekillt Von einem M M M M2 oder Nee M3 Ah M3 Oh Ich hab was gefangen Es war groß und schwer Und gelb War kein Oh Jetzt hab ich für diese Folge Vergessen Dings auf den Tolli zu packen Gutscheine Ah Kannst du ja gleich noch machen Ja, ich musste grad auch An vollgepinkelten Schneedenkeln Denkeln Ja Groß, gelb, schwer Nein Fang das nicht Äh, äh, äh Äh, äh, äh Ja, also pass auf Bei unserem rechten Spawn Bisschen voren Nach rechts Da ist doch diese Kuhle Dieses Schützenloch quasi Da steht der Huri drin Hm Äh, huri, hurro War nicht mal so schlechte Position Für den Nee, ist echt ne gute Position Aber halt auch wieder So ne asoziale Posi Da kommt Kommt jetzt mal Der richtige Counter dafür Ah, da ist er Lebt der noch? Ja tut er Ja Markierst du ihn mir Dann schmeiß ich ihm ne Bombe Aufs Köpf Oh, das musste sein Okay Und Das nächste Ziel Irgendwas? Ähm In der Mitte War ein T-80 Der mich gekillt hatte Also hinter dem Stein Auf deren Seite Ich weiß aber nicht genau Wo Wer ist Und ob der da noch steht Oh Gott Was? Oh, jetzt hat mich schon wieder Der M-13 getötet Der geht mir auf die Nerven Der Typ Na Gott T-80 hat mich getötet Wo ist denn der? Da steht noch was Ähm Das ist schon wieder dieser Modus Den ich so absolut nicht leiden kann Ja, ja Das stimmt Dauert viel zu lange Beziehungsweise dauert nicht zu lange Aber ist oben Spannend würde ich sagen Da wo normalerweise B ist Da stehen auch noch Mindestens eine Da ist einer Ja, genau Und Hier war da glaube ich noch einer Au, ich habe was abgekriegt Ja, ich glaube von dem Den du gerade markiert hast Ah, Lugzahl Komm schon Das war frech Natürlich 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 Komm schon Ja, also ich bin raus Ihr wuppt das jetzt, ne Die 20er klingt schon Gurfee Die 20er klingt ganz gut Sie schießt irgendwie nur langsam Ja Zumindest langsamer als das deutsche Gegenstück Da schießt aber quasi dieselbe Muni Ja Direkt über dir Liegt dich glaube ich gleich an Jetzt hoch Äh, noch höher Noch höher, noch höher Ja Ja, bis ich oben war Hat er mich schon rausgesnipet Ja, das passiert mir auch Verdammt Also David, ne Du, du wuppst es jetzt, ne Du mit deinem, äh Super präsentativen Panzer Warte, wo bist du denn? Bist du raus? Ich bin gerade gestorben In dem Moment Wo ist es? Das ist Ofenrohr, aber das ist nicht David Nee Oh, ich darf wieder rein Ist irgendwas gestorben? Hallo Werden wir hier gespawnt kämpft oder was geht? Zumindest von den Flugzeugen, ja Weiß es nicht Ähm Leute, schreibt mir auch mal in die Comments Wie es mit der Performance aussieht Ich habe so ein bisschen rumexperimentiert Ich bin nicht ganz zufrieden, aber Auf jeden Fall besser geworden Boah, Alter Wenn die Elevation von dem Ding hier besser wäre Wäre das so ein geiler Allrounder Ich habe ihn einfach nur ein Fahrwerksbein abgeschossen, wer nicht Du hast ihn gefangen, ich habe es genau gesehen Das war super Tolle Leistung Und beim nächsten Mal fang ihn bitte nicht mit deinem Gesicht Ja Probier's Wow, das ist Bombard Die war groß Ich fühle mich hier nicht wirklich sicher irgendwie Nee, ich auch nicht What? Wow, die fahren einfach in unseren Spawn wieder rein Ja, das ist halt Der Modus auf dieser Karte Du musst ja quasi in den Spawn fahren Damit du hier den anderen Punkt übern kannst Das ist halt auf dieser Karte Geh einfach sterben, dass wir wieder rein können Also links von dir fahren sie jetzt Mach's gut Direkt links von dir steht einer, ne? Das ist mir egal So, können wir diesen hässlichen Modus jetzt verlassen Oder darfst du nochmal rein? Ich bin endlich raus Sehr gut, schweig zum Hangar Sehr gute Aufwärmrunde Ja, ja Ein paar buchen wir es unter Aufwärmrunde Jetzt erstmal schnell dem Toll, die noch ein paar Gutscheine geben Also gestern lief die Map besser Ja, ja Aber von der anderen Seite macht die 7er Linie auch mehr Spaß Nee, nicht 7er Linie Doch Nein, 1er Linie Ja, wir schwärmen schon wieder davon Wie gut gestern alles lief und jetzt leider nicht sehen können Ja, das ist die Frage Seid ihr interessiert in einer Folge, wo ihr nur die beiden anderen hören könnt Wie sie auf meine nicht hörbaren Fragen reagieren Und dann kann ich es vielleicht noch als anlistet Video hochladen mit einem Link Also die Runden waren echt cool Stimmt, ja Ja, ja Ihr hört, David ist super begeistert David ist immer super begeistert Nein, das war schon mehr begeistert Also begeisterter als sonst Also Äh B Juh Ich finde es halt komisch, dass der mir hier für diese Map den Standard Ja, ich würde die Tricolor nehmen Ja, definitiv Die ist voll gut Also hier haben sie mal eine schöne Tarnung reingepackt Für das Ding auf jeden Fall Diese ganzen Miner Nations haben ziemlich coole Tarnung für ihre Fahrzeuge Die afrikanischen ja auch Ja, stimmt Die Ein bisschen Tarnung von denen sehen mega gut aus Ja Zumindest zwei davon Ach, der Reload von dem Ding ist einfach bewerbs Wobei ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie schnell so ein M3 feuert Wahrscheinlich auch so schnell Ja, auch so um die drei Sekunden Ja Also in der Sonne 37er ist jetzt nicht so schwer Da steht er wahrscheinlich ohne Gunbreach einfach mit dem Tennisschläger hinten und haut die Kugeln raus Der hält einfach hier den Karton mit der Munition und lässt das dann mal da rein tropfeln Über so eine Pinballmaschine Zack, Pock raus, Pock raus, Pock raus Ja genau, wie so eine Tennisballmaschine Okay Okay Ich glaube mal A die Richtung A Nein, es ist noch zu weit Schauen wir mal, ob wir hier was erwischen Dieser Stein ist dein Freund Ah, da kommt was von links, ja Da aus der Richtung Oh, ja Kann nicht mehr fahren Kann aber glaube ich noch schießen Magst du mal in den Turm schießen? Ja Habe ich Er kann immer noch schießen Ist schlecht In seiner Kanone Nicht mehr In seiner Kanone abgeprallt Da kommt noch was dafür Oh, ja, okay Jetzt muss man meinen Motor reparieren Ja, ich sehe es Ist voller Büsche Ich werde vielleicht mal Artillerie in seinem Weg Na, verdammt Jetzt war mein Gegenstück quasi Nur ohne die Ungarische Technik dabei Ja Also ein bisschen geändert Morda, ja Jetzt meine ungarische Artillerie Räche dich Räche dir Ich merke immer im Load hier bin ich viel zu cocky Ich fahre raus, obwohl ich genau sehe Der Gegner steht schon und aimt eigentlich hin Jetzt steht uns ein Wack im Weg Hättest du nicht woanders sterben können? Oh, warte, fuck, da oben links ist auch was Auf dem Berg oder wo? Ja, auf dieser Mittelinsel da Bei A die Insel meinst du oder bei C? Ne, zwischen A und B das Ding Dieser kleine Hügel da Ah, wie frech Der hat euch beide rausgesnippt Ja, ich will mal kurz anzeigen, dass da was ist Ja, drüber geflogen Äh, Gim, Gim Jung Ach, da auf der Insel Kommt mal wieder zu mir Der, der Stritzwagen ist hier immer noch Weißt du wo ungefähr? Ne, leider nicht Eins muss man dem Toll dir sagen Der ist wirklich schnell Der ist ziemlich fix Und mit minus 10 kann er sogar ganz gut runterschießen Weiß zwar nicht, wie ich das gerade mache Aber es funktioniert Okay, äh, hier Okay, äh, hier Pass auf, ne Der, der, ja Ja, ich hab Artiller wieder aufgeworfen Mach hier mir nochmal Ähm Ist ja hier außen bei diesem Stein Ah, ich glaub da oben ist auch noch was Weil da hat sich grad was Genau, da ist der BT immer noch So Wär grad runter ins Wasser Ah, das ist doch ein schlechter Schuss Grame, Merce, was? Wer Franzoselt hier? Unschuldig Also hier vorne müsste jetzt noch ein BT5 sein Also jetzt hat die Mutation besser funktioniert Danke Ja, hier ist der BT5 Ja, aber ich werd niedergehalten von dem Stritzwagen Wow, T28 hab mich rausgenommen von B Der steht direkt links 10 Meter In B drin Oh ja, ich see Oh Gott, da kommt ein Flieger Oh man Ah, sehr gut Ich hab ein 20 bekommen Nein Ja, natürlich Ja, heute läuft noch nicht so Ja, der Wahnsinn Also gefühlt hab ich definitiv simultan mit ihm geschossen Aber meine Kugel ist natürlich nicht aus dem Rohr gekommen Ich hatte das Auch die Tage Da hab ich auch geschossen Aber weil er mal meine Kanone getroffen hat Ist meine Kugel der Luft einfach Zu Staub zerfallen Keine Ahnung Ja, ja Kennt man ja Kennt man ja Ja Glaube ich lade die Folge wirklich hoch Die wo man mich nicht hört Damit man sieht, dass wir nicht schummeln Und wirklich gute Runden haben Ab und zu Jetzt natürlich der BT5 Weil sein russischer Tank Wieder den Arsch gerettet hat Weggefahren Gut, die Runde ist vorbei Also Die haben uns gestim rollt Ich hab ja zumindest noch gerne den BT5 mitgenommen Aber Ja Oh, es ist sogar direkt hinter mir auch einer Das ist ja super Hab ich gar nicht gehört Nee, ich hab nicht gehört, wie er hinter mich gefahren ist Der war direkt hinter mir Ja, ich weiß Das sind die beiden Die beiden Schweden gewesen Die da so aufgeräumt haben am Strand Die auch instant geschossen haben Nee, ich mein Also ja Kann sein Aber Diese Zoneinstellung schon wieder Man müsste doch hören Wenn ein Panzer direkt hinter einen fährt Nee Nee, wieso sollte man Hallo Heute ist Mimimi Ja, heute ist ja Mimimi Es ist auch wieder Sonntag Wir sollten sonntags einfach nicht aufnehmen Haben wir es ja gestern gemacht Ja, aber Ey, jetzt können wir uns rehabilitieren Jetzt können wir uns auf die Einserlinie fahren Und dann von hinten bei A aufräumen Was machen wir? Es wird sicher super glorreich Zack, tot David fährt vor Hab ich gerade schon probiert Das ging nicht so gut Aber du hast mehr als einen Schuss im Rohr Ja, wieso muss ich denn 20 Sekunden warten Bevor ich ins Match kann? Es sind doch eigentlich genug Leute da Ja, man vermachte das nur für Chancengleichheit Achso, ja, natürlich Damit auch die mit ihren Schlechten PCs reinkommen Ja, ja, guter PC und War Thunder Heißt nicht unbedingt super Spielerlebnis Wie man bei mir in letzter Zeit sieht Aber generell der Timer beim Spawnen Den finde ich einfach nur unnötig Ich finde den eine Frechheit Wenn ein Gegner dich Spawn campen Vor allen Dingen der tickt ja selbst noch Wenn er abgelaufen ist Noch mal 10 Sekunden teilweise Ja, genau Also da steige ich halt auch nicht durch Was das soll Der Respawn Timer Der ist definitiv ganz komisch Kannst du im Moment Wenn du gesagt 5 Sekunden runterziehen Kannst du 5 Sekunden danach wieder hochziehen Ja Wenn es langt Also ich hatte es schon Keine Ahnung Dass ich gut mal 10 Sekunden warten musste Also wirklich Ewig Ja In der Zeit ist dann der Gegner Schon wieder aus unserem Spawnbereich rausgefahren Das Spiel schützt also Spawn-Kämpfer Das ist ja nichts Neues Naja, aber das Spiel befürwortet Das auf jeden Fall in letzter Zeit Sehr stark, finde ich Siehst du was, David? Hier steht schon was, ja Was hat die drauf? Ja, ich auch Kann der noch schießen? Nö, also ja, doch, 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 doch Nicht rausfahren Oder rausfahren Was du willst Komm schon, komm einmal raus Komm einmal raus Meine Kugel ist magisch Die fliegt um die Kurve Okay, hier kommt Artie Ich ziehe mich mal zurück Hey, warte, warte Okay Da kommen aber noch drei Stück Drei fehl runter Ich glaube, eins davon ist ein B1 Oh, ähm, schlecht Da komm ich nicht durch Nee Puschen die? Ich sehe gar nichts Du musst zurückfahren wegen dem Timer Oh, das sind zwei B1 Ist ja noch schlimmer Drei Oh mein Gott Oh, das ist immer noch Die Munition hat da Probleme Den kann ich kriegen Der ist ja wohl ein Scherz Also einen habe ich Das war aber kein B1 Das war ein easy target Das war der einzige, den ich killen konnte Nein, du kannst die B1 auch killen Einfach durch den Turmdreck-Kranz Ich habe dich die ganze Zeit probiert Ein ganzes Magazin, aber Wir brauchen hier jemanden mit einer Bombe Sehr gut Oh, jetzt ist mir ein Turm kaputt Okay, das ist schlecht Hab eins Okay, den penne ich so Das ist sehr gut Ich habe ihn durch den Turmdreck-Kranz gepennt Ja, ich habe ihn durch den Turmdreck-Kranz gepennt Ah, der dritte Turmdreck-Kranz ist nämlich nicht einsehbar Aber ich glaube, da kommt noch was Oh, mir langt es jetzt mal langsam Leute Aber ich muss sagen, das haben wir jetzt sehr gut gemacht Ja Also Ich bin gut vor bis zur dritten Folge Zur dritten Runde Aber man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es jetzt eine gute Blockade Die hatten wohl gedacht, die können uns hier einfach nicht verwalten Die im B1 Ja Zumal, warte mal, der B1 ist was? 2-0 2-3 2-3 Ja, eben Also 1-3er-Panzer for the win, ja Ja Also ich habe es auch irgendwie mittelblöd gemacht Die hätten einfach muschen sollen Ja, die hätten uns einfach Da kommen zwei Gegner Hol ihn dir Der kann nicht mehr schießen Der Motor mehr Sehr gut Was ist los? Ja, jetzt läuft Da ist noch einer Das ist wieder so ein Franzose So, ist noch links einer Ja Ja, den habe ich gerade Also der ist gerade gestorben hier Ja, hier ist noch einer Boah, ich schwöre, die sind Mikro-Lags Au, direkt frontal Jetzt habe ich extra nach links geguckt Ist da jetzt noch einer links oder nicht? Ja, da ist noch einer auch hinter diesem Truck hier Ich fahre mal hier hoch Und gucke, ob ich von da irgendwas machen kann Ach komm, ich komme auch mal mit Toldi Oh ja, er kommt Ja, mit dieser Runde Baller Toldi wie Toldi Mouhaha, den Spruch hat er in der letzten Folge schon gebracht Ja, du wolltest eine Folge so nennen Ja, und dann ging die Folge nicht Hi Sehr gut, M2 raus M3 raus Ach, jetzt sind wir am Start, Leute Jetzt Wartet auf mir Ein bisschen laufend Lutzitz Einfach nicht auf den Gegner gucken, allerdings Dann wirst du hier auch nicht getroffen Ja, wenn du den Gegner nicht siehst, kann er dich auch nicht sehen Genau, Vogel-Strauß-Taktik Hinten gucken, da ist dann jemand Es sind schon wieder so viele Wracks, man sieht echt nichts Habt ihr bei euch noch irgendwo nen Gegner? Oh, verdammt, Achtung Da kommt ein ziemlich großer Flieger Ja, 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 ja Ich schieße doch nicht auf ihn Natürlich Wir werden dann Obwohl, der fliegt nicht auf uns, okay, sehr gut Fliegt auf A Also, dann wäre das voll lustig, wenn ich ihn abschießen könnte Okay, ich gebe es auf Ne, so hoch kann ich nicht schießen Also, hier ist safe, David, ja? Ich hoffe es Da kommt was aus der Richtung Ja, ich habe es gerade gehört Geschützverschluss Dann kurz sich zu sein Es ist also du, 76, der Geschützverschluss von dir ist raus hier Okay David, hol sie dir Los, hasso, hos Und, lad nach, lad nach, lad nach, lad nach, lad nach, lad nach Voll spannend, jetzt macht er es da Ja, ey Lädst du schneller nach? Oder repariert sie schneller? Uiuiuiui Das war laut So, selbes Spiel Jetzt sind wir wieder im Spawn-Bereich Okay Damit nicht Oh, jetzt fährst du mir voll in den Schuss Sorry, wusste ich nicht Ja, dann hol ihn dir jetzt auch Da war noch einer Ah, ich habe jetzt nicht mal ein Assist bekommen für den Okay, ich gucke rechts um den Stein rum, ja? Okay Rechts war nichts ab, aber Hier ist Team Oh, ich habe noch zwei Schuss, sehe ich gerade Das ist doch schlecht Ich habe nur noch 18 Sollte vielleicht gleich mal kurz nach A fahren, aber ich denke, wir haben das jetzt hier im Griff Sollten, ja Das ist halt auch ein bisschen mies jetzt hier, weil es gibt nur einen Spawn Wenn der einmal so umdringt ist wie von uns, haben die gar keine Chance mehr Ja, guck Dann können sie ja auch wenn sie spawnen Ach, natürlich gucke ich in dem Moment weg, wenn der Ah, 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 ah Ich habe gerade ges- warte, ist einer von euch gerade weg? Das warst gar nicht du, der mit dem kämpft Ich sehe den nicht, der dich beschießt Wow, was zur Hölle macht denn unser Panzer 2 da? Wir sind einfach in den Spawn rein Ja Gut, was soll man dazu noch sagen, ne? Alter, ich habe schon fast die, die Zeichen der Anerkennung mit dem Tolli Ja, wir sind das Ding ein bisschen häufiger Und ich, vor allen Dingen, wenn man Chitano umkriegt Aber ja, ist ein nettes Teil Kein Muss, aber nice to have Also wenn ihr euch einen Battle Pass holen wollt Ja, ich kann es nicht empfehlen, wenn man nicht unbedingt ein Sammler ist Aber könnt ihr mal in die Comments schreiben, ob ihr es tut oder ob ihr es nicht tut Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei der Folge Und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Tschüss